Herzlich Willkommen zum nächsten Part meines Destiny 2 der nächsten Königin des Rays. In diesem Part werden wir gerne mitmachen und dann ab geht die Post. Also gut, dann ab auf die Smaragd-Küste. Mal wieder. Naja. Ja, aber natürlich. Naja, das ist ja mal eine nette Gesellschaft. Okay. Na gut, das sollte passen. Ja, gut, schnell rüber, teleportiert, das an- und abbrannt. Ja, wirklich, man soll die Partikel in die Bank packen. Und ich dachte, man sollte nichts dahin machen. Naja. Ah, und nur Alltagsgedöns. Naja, was soll's, ab da ran. Naja. Okay, das war vielleicht nicht die beste Idee, die jetzt hier in Aufnahme. Egal. Jetzt lass ich mir kurz nichts liegen. Das geht schon irgendwie alles. Feinde nähern sich am Strand. Ja. Also ab, hinter und dann halt erstmal die Strandgesellschaft loswerden. Und dann halt eben noch ein 15er, der in die Bank war dann. Ja. Komm. Wird das schon so ein Problem, oder was? Na egal. Ähm... Ähm... Ja, natürlich. Ja, natürlich. Amsander wäre ja langweilig. Okay. Keine Ahnung, was das gerade getroffen hat. Und ich glaube irgendwie, unser Block hat er gerade nicht ausgereicht. Um den die Bank lang zu versperren. Okay. 13 Partikel. Der hat 15. Das heißt, der kann schon was die Bank ballern. Okay, kann ich jetzt auch was? Hallo? Nimm doch die verdammten... Naja. Und damit hätten wir nochmal einen kurzen Vorsprung bekommen. Jetzt wollen wir ernst. Warum macht der mit den 15 Partikel die Bank gerade? Ja. Na, bis er so verliert. Hochrangige Beute. Okay. Oder hat eben genau das passiert? Und lass mich raten, ich will gleich von dem Gegner gewonnen shotet. Oder nicht? Okay, die konnte ich noch gerade abgeben, bevor der mich erledigt hat. Kann der jetzt irgendwann mal so 15... Ja, Dankeschön. Wurde ja mal Zeit. Irgendwer sollte mal gerade hingehen und denen die Tour versauen. Oder ich mach das gerade einfach. Du verlierst Partikel, oder? Mach die Blocker, fertig! Na, das hat mitgetroffen. Das war einfach nur dumm, gerade. Okay. Na. Und ich habe gerade ein ganzes Magazin fast verbradert. Okay, komm her. Nein! Ja. Okay, kann ich auch mal den anderen noch treffen? Nein. Nein? Okay. Ich meine, das hat jetzt mal nicht viel gebracht, aber ein paar Mal trotzdem bekommen. Ich glaube gleich ja mal ein Gegner ist schon uhrzeitnah. Ich bin jetzt nur noch haarschhaft davon weg. Entfernt. Ja. Ach, wirklich? Das ist genau so offensichtlich wie meine Kommentare. Und jetzt ab so schnell wie möglich an die Bank. Der gegnerische Eindringling ist erledigt. Woher mich auf uns ganz klar vor... Ja. Nevermind. Also Abranda. Hallo. So, jetzt aber. Ja, wunderbar. Kümmern wir uns hier um die, ähm, Uhrzeitler Gesandten da. Und dann können wir uns an den Boss selbst reinmachen. Hier gibt es dann hochrangige Gebäude. Ja, okay. Großwildjäger mal wieder. Warte, was? Achso. Als ob der... So, jetzt aber. Ja, alles Haupt genommen und Abranda. Also komm, gönn die ja. So. Naja. Weiß auch nicht, ich hab das Beste vom Besten. Okay, wo ist der? Na da. So, jetzt hier aber. Einfach komplett sauber erledigt. Wenn die halt immer noch einen kleinen Vorsprung haben. Aber egal, das können wir eigentlich relativ gut ausgleichen noch. Ja, herrlich. So. Okay. Was auch immer das grad war. Ne, das so wird ein hartgrenzwertiges Stück. Als Schützer nicht mal das sehen, noch fertig. Dann geht's halt erst später nur den nächsten Aufnahmeteil weiter. Also schaffe ich mir die Aufnahmekarte. Konnte aber zwei Kids einstreiten. Ja. So, den hier nur wieder beleben und dann ab weiter an die Uhrzeit der Gesandten. So. Den weggekloppt. Und jetzt noch den nächsten. Ne, war so. Ja, stell dir vor. Genau das hat mich auch grad vor. Also komm, können wir die nächste Ladung... Wir sind wahrscheinlich nochmal ein Eindringling bekommen, aber egal. Na, wer hat es mir gewesen? Ja. Wunderbar. Jetzt soll die letzten Uhrzeit der Gesandten und dann haben wir's ganz auch fertig. Oder doch nicht. Okay, das Torbeteze... Na. Ja, ne, das war die immer. Ja. Sag ich ja. Ja, wunderbar. Macht halt nur keinen Unterschied mehr. Naja. Wenn es jetzt nicht so ist wie geplant, würde ich ja trotzdem sagen, war's das mit diesem Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ja. 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 over